Hersteller Stadt Weperum Hier ist auch rechts die Weser noch mal Gasthaus zur Fähre und da wird ja schon die Fähre sein Heute ist der 27.07.2021 Hallo Ich liebe die 2.2 Ich liebe die 2.2 Da ist noch mehr da hinten Das war bei der Seite glaube ich Kommen wir nächstes Mal längst Kraftwerk da hinten Wir haben schon gemessen und sonst was Hersteller Und tschüss